Rot, Blau und Gelb sollen entscheiden, ob dieses Video gut ist oder nicht. Dafür soll es interessant und inhaltlich richtig sein. Stimmen Sie über diese beiden Bedingungen ab, kommt heraus, dass die Mehrheit es gut findet. Wird allerdings gleich nach dem Endergebnis gefragt, antworten die meisten mit Nein. Dabei müssen keine psychologischen Tricks eingesetzt oder die Zählung manipuliert werden. Dasselbe passiert auch, wenn alle völlig konsequent handeln und die Stimmen offen gezählt werden. Wie kommt das? Ein Video gilt in unserem Beispiel dann für gut, wenn es interessant und richtig ist. Dieses Verhältnis entspricht der mathematischen Verknüpfung UND. Geben wir jetzt unseren drei Demokraten etwas Bedenkzeit. Was halten Sie von dem Video? Rot findet es interessant, hält aber die Fakten für falsch. Blau findet das Thema langweilig, aber glaubt, dass alles Gesagte stimmt. Und Gelb findet alles sowohl interessant als auch lehrreich. Es wird also abgestimmt. Rot stimmt dagegen, dass das Video gut ist, Blau auch und Gelb dafür. 2 zu 1 für Nein, das Video ist also schlecht. Wir hätten aber auch etwas anders abstimmen können. Was waren denn die Gründe für die Entscheidungen? Sehen wir uns einmal die Daten an. Also, statt direkt eine Entscheidung zu verlangen, fragen wir nach den Meinungen zu den Teilaspekten. War das Video interessant? Rot und Gelb meinen Ja und überstimmen so Blau. Und, war es inhaltlich korrekt? Diesmal stimmen Blau und Gelb für Ja. Die Mehrheit hält das Video für interessant und inhaltlich richtig. Also ist es doch gut. Da haben wir ja nochmal Glück gehabt.